Ich habe einen Appen! Hast du schon mal gesehen? Da kommen die Pinguine aus. Jetzt kannst du spazieren gehen. Dann kannst du einen Appen an. Dann kannst du einen Appen an. Oh, ich bin so ein Appen! Ich habe einen Appen an. Ich habe einen Appen an. Du bist so ein Appen an. Ich habe einen Appen an. Du kannst es auch sehen. Du kannst es auch sehen. Du kannst es auch sehen. Jetzt sind wir. Das ist der. Das war der Baum. Das ist der Baum. Das hast du jetzt. Ja, du hast den Ball in der Kälte. Ich habe den Ball in der Kälte. Ich habe einen Ball in der Kälte. Das ist der Baum. Du hast den Ball in der Kälte. Das ist der Baum. Das ist der Baum. Das ist der Baum. Das ist der Baum. Also, zeige sie. Was hast du da? Schau? Was? Ich bin geschützt. Es ist unten drin. Ja. Schau mal. Oh! Du, so ein riesiges Ding. Ja, genau, genau. Wie ist das? Willst du mal geißen? Hä? Ja. Was? Ach du? Nein, hier. Ob sie sie wählen wollen. Ah, das ist der Fall. Ja, das ist der Fall. Nein, das ist der Fall. Warum? Warum steht sie im Zug? Ja. Ja. Warum steht sie im Zug? Warum steht sie im Zug? Da kann man gesagt, du bist längst nach vorne. Ja, ja. Ringelichun! Pia und Pia 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020